Also ich fühle mich sehr geehrt, besonders da in der Bankengruppe das Thema Arbeitssicherheit so einen hohen Stellenwert hat. Trotzdem denke ich, dass ich hier einen interessanten Punkt angesprochen habe, da die Kommunikation zwischen verschiedenen Hierarchien immer spezielle Umstände mit sich bringt. Und ich glaube, dass jeder die Schwierigkeit kennt, seinen Vorgesetzten auf Schwächen anzusprechen.